UNTERTITELUNG Herr Reichsführer, die russischen Panzer werden bald gegen unsere Grenzen anstürmen. Wenn wir keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergreifen, wird es brenzlig für das Reich. Ich brauche einen Offizier, der überleben will. Wer ist das? Lange nicht gesehen, Soldat. Ich gebe dir eine Chance. Du stellst deine russische Panzerbesatzung zusammen. Von jetzt an bin ich euer Kommandant. Ihr befolgt meine Befehle und wagt es nicht, diese anzuzweifeln. So wie Gladiatoren oder was? Hab ich mal gelesen. Der Weißrusssee ist ein Ass! Der Schwanensee! Festhalten! Kannst du mich denn nicht mitnehmen? Was hast du denn vor? Dreimal darfst du raten. Vom Übungsplatz mit dem Panzer abhauen. Das ist Wahnsinn. Keine Chance. Los, fahr zu den Toren, Stefan! Genau vor uns ist ein Panther! Wo ist das Zierrohr? Nachladen! Ich krieg dich. Hey, Fritz! Diesel volltanken! Verstanden! Wie? Wir sind Donald. Wir sind sie nicht. Wenn esster Witz ist, ist das Geld. Wie? Wir sind mit dem Toren! Wir sind imagemvereinbar!